Du, was ist das, ein Affe? Haare sind gegillt, fühl mich wie Vin Diesel. Ich weiß nicht, wie Vin Diesel aussieht, Digger. Aber findet ihr, das ist ne coole Line? Alter, die Klasse! Oh mein Gott, das ist perfekt! Das ist perfekt! Ey, ich hab gestern den ganzen Tag mit Arcanium gespielt. Arcanium wollte mich die ganze Zeit bumsen, Digger. Es war so ehrenlos. Er wollte die ganze Zeit mein Knie rammeln, der Wichser. Aber hab ich nicht zugelassen. Ich hab gesagt, Arcanium, reiß dich zusammen. Und dann hab ich sein Knie gerammelt. Hat jemand diesen auf WhatsApp? Ich hab den noch nie gesehen. Dann ist es auf Apple so, dass man nur die Apple-Emojis hat. Jedenfalls bei mir. Ich hab nur das hier. Digger, was? Wer ist er? Bro, ich hinterfrage gerade, ob ich diesen Emoji weiterverwenden sollte. Weil imagine, du schreibst mir jemanden, den du noch nicht kennst. Und der hat halt kein iPhone. Und er sieht das hier. Oder das. Bruder, das sieht aus wie so ein Bitcoin-Chart hier als Mund. Digger, oder ihn. Er ist der Schlimmste von allen. Boah, Junge. Wirklich, der sieht einfach aus, als wäre das so ein Kind, was so durch Incest geboren wurde. Es sieht ganz, ganz schwierig aus. Digger, es wird doch einfach nicht besser. Alter, Junge, 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 Junge. Junge, Junge. Vielen Dank.